Ich dachte, wir machen jetzt zusammen. Hey, na, guck mal hier, der Tom Fieler hier. Super Typ. Hallo. Top fit. Gerade vom Training wiedergekommen. Sieht stark aus. Ich glaube, der hat es richtig drauf. Ohne Witz, da könnt ihr euch auf einiges freuen. Brauche ich gar nicht mehr zu sagen, ne? Cut! Cut! Cut!